Ich wollte, ich wäre wirklich du, in der Zwangsirkel statt im Korsett. Hier schnüren sie nur den Körper ein, mir fesselt man die Seele. Ich habe gekämpft und mir alles ertrotzt, und was habe ich erreicht? Nichts, nichts, gar nichts. Denn die einzige Lösung wäre der Wahnsinn, und die einzige Rättern wäre der Stolz. Es lag nicht der Abgrund, ich möchte mich fallen lassen, warum schau dir vor den Sprung? Wäre ich nicht verdammt dazu, Elisabeth zu sein, dann wäre ich die Tania. Und würde lächeln, wenn man sagt, sie ist verrückt. Ich stehe auf dem Sein, und die Angst macht mich krank. Denn schau ich nach unten, seh ich nichts, nichts, gar nichts. Ich taste mich weiter mit suchendem Schritt, und fürchte mich immer vor dem. Nichts, nichts, gar nichts, wirklich frei, macht wahrscheinlich nur der Wahnsinn. Doch zum Wahnsinn fehlt mir der Lust. So spiel ich nicht starker Kontur, was ich tu, als wär dieses Leben mehr als Täuschung. Irrtum, Vertruf, als wär nichts, nichts, gar nichts, genug. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!